Wir sind eingefleischte AIDA-Fans. Jede Reise machen wir gerne mit und deswegen müssen wir dieses tolle Ereignis auch mal mitmachen und der Kara entgegenfahren. Wir haben die AIDA Kara verabschiedet vor 116 Tagen. Es war schon sehr emotional und wir freuen uns, dass wir sie heute wieder begrüßen dürfen. Wir sind aus Hannover hergekommen, um meinen Schwiegervater abzuholen, der die ganze Weltreise mitgemacht hat und sind früh aufgestanden und sind glücklich, dass wir das mit dieser Abholfahrt verbinden können heute. Jetzt haben wir eine einmalige Gelegenheit, die AIDA mal von einer anderen Perspektive zu sehen, nicht nur vom Land aus oder auf dem Schiff direkt, sondern mal vom anderen Schiff direkt aus. Ich hoffe, dass es meinen Mann anregt, dass wir mal mit der AIDA fahren können. Ich hoffe, dass wir im Augen der AIDA. Ich hoffe, dass wir es mit ihrer Grunde in dem Feuern bergelegt. Ich hoffe, dass wir das bei uns befinden, dass wir uns mit einer anderen Untertitelung des ZDF, 2020